Musik Wir möchten gerne ein Projekt machen, wo wir das Verfahren entwickeln und zeigen, dass es geht, dass man Lebendtiertransporte vermeiden kann. Möglichst stressarm zu schlachten und zwar Rinder, die nicht das ganze Jahr im Freien sind. Wir haben eine Genehmigung bekommen für unser Projekt Extrawurst, dass wir einzelne Tiere mit einem bestimmten Aufwand hier auf dem Betrieb töten dürfen und schon getötet ohne Lebendtiertransporte in die Schlachtstätte bringen. Seit 2011 gibt es ja eine Ausnahmegenehmigung im deutschen Recht, dass sich Tiere auf der Weide schießen kann und Tod in Schlachthof verbringen kann. Und es kamen eben immer mehr Landwirte auf uns zu und gesagt haben, wir wollen das eigentlich auch für die anderen Rinder, die auch im Winter mal im Stall sind, wir wollen das auch machen. Der springende Punkt ist, dass die Tiere hier nicht mehr lebend auf einen Tiertransporter verladen werden, also auf einen kleinen Pkw-Anhänger, sondern dass die Tiere hier in ihrer Umgebung getötet werden können und dann eben tot in die Schlachtstätte kommen. Das ist der Unterschied. Also wir ersparen dem Tier, wir ersparen uns den Transport des Tieres, die Selektion des Tieres von der Kuppe, also aus der Herde heraus und den Aufenthalt im Schlachthof. Wir haben einen sehr engen Kontakt mit dem Regierungspräsidium Kassel, das ist die Zulassungsbehörde hier, zuständig für Nordhessen. Es gibt eine EU-Vorschrift zum Schlachten von Tieren. An die müssen wir uns erstmal grundsätzlich halten. Und da haben wir eben diese 60 Sekunden vom Bolzenschuss bis zum Entbluten und die Stunde, dass von der Entblutung das Tier dann im Schlachtbetrieb angekommen sein muss. Und das sind unsere Rahmenbedingungen, an denen wir nicht vorbeikommen. Und da wurde eben gesagt, dass wir die Räume des Schlachthauses, der ja EU zugelassen ist, dann erweitern. Der Metzgereibetrieb wird um dieses Mobil erweitert, ist aber Bestandteil der Metzgerei. Man kann halt auch mal auf die Betriebe fahren, man sieht auch, wie die Tiere gehalten werden. Das ist halt so ein Vorteil. Für den Verbraucher ist es halt gut, dass es sowas gibt. Und für mich als Schlachtbetrieb ist es halt mehr Aufwand. Kann auch einen höheren Preis erzielen dadurch, weil es ist halt mit viel mehr Arbeit verbunden, dieses Ganze. Und ja, ich sehe es halt eine Nische, macht nicht jeder. Ist halt so, ist halt mal was anderes. Und deswegen machen wir das Projekt auch mit so in der Form. Ein wesentliches Ziel unseres Projektes ist ja nicht nur das Verfahren nochmal zu zeigen, dass es geht und die Technik zu entwickeln, sondern eben Leitlinien zu entwickeln. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dem Tier Angst, Stress, Leid zu ersparen, und das haben wir hier eben geschaffen, dann wollen wir den Weg gehen. Ich sehe eben Tierwohl bei den Kunden als ein ganz wichtiges Anliegen, ein ganz wichtiges Kriterium. Wir möchten es aber ganz praktisch auch gleich umsetzen. Weniger Aufkleber machen auf die Packungen, sondern einfach mehr ganz ehrlich zeigen, nee, wir machen das wirklich anders. Wir machen jetzt ein sowas. Vielen Dank.